Wollt ihr ein Jahr in den Vereinigten Staaten leben, dann bewerbt euch jetzt für das Parlamentarische Partnerschaftsprogramm. Der Deutsche Bundestag vergibt Stipendien für ein Austauschjahr in den USA für Schülerinnen und Schüler und junge Berufstätige. Das Programm gibt euch jedes Jahr die Möglichkeit, ein Jahr in den USA zu leben, die Vereinigten Staaten zu erleben und neue Erfahrungen zu machen. Umgekehrt sind junge US-Amerikanerinnen und Amerikaner ein Austauschjahr bei uns in Deutschland. Das Programm ist ein gemeinsames Programm des Deutschen Bundestages und des US-Kongresses. Die Frist für das PVP-Programm 2019-2020 hat gerade begonnen und endet am 14. September diesen Jahres. Also jetzt die Chance ergreifen. Mehr Informationen, die ihr euch bewerben könnt, findet ihr jetzt hier.